Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute sind wir bei der Präsentation der neuen Trachten-Trends von Angermeyer, also was wir laut Angermeyer 2016 auf der Wiesn tragen. Ich bin schon sehr gespannt und ich habe auch die Silke von MorsenStyle getroffen, Personal Shopperin, die sich heute hier auch informiert, was ihre Kunden wohl so demnächst tragen werden. Wir fragen sie, ich bin gespannt auf die Antworten. , aber wenn wir weitergehen, können wirt noch. Ich habe hier Operation-Trends von Angermeyer. Daher sind wirallen, wenn wir kusserstören, und wir können noch einmal anfangen. Musik Musik Ja, für mich als Personelshopperin ist es natürlich wichtig, die neue Wiesn-Kollektion zu kennen und mit Trachten Angermeyer aus München, die sind natürlich immer up to date und haben die neuesten Trends und die neuesten Styles. Besonders gut hat mir dieses Dirndl gefallen. Ganz neu dieses Jahr, viele Dirndl mit Vampirkragen oder Schneewittchenkragen werden auch gerne ohne Blusen getragen. Das ist mein Favourite. Ich hoffe, es ist natürlich wichtig zu erkennen, welche Farben, welche Schnitte stehen der Kundin oder dem Kunden. Wenn wir dies festgestellt haben, kann ich natürlich vorab dem Kunden oder der Kundin einige Modelle raussuchen. Das spart ihr natürlich enorm Zeit. Die Kundin oder der Kunde kann dann in Ruhe anprobieren und dann können wir gemeinsam entscheiden, welche Stirndl, welche Lederhose, welche Tracht steht ihm am besten. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, hier draufklicken und abonnieren, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst und lasst uns einen Daumen hoch da. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.